Das ist ein schwerer Tag für die SPD, auch für mich persönlich. Ich stamme aus dem Bundesland, in dem wir heute eine wirklich krachende Niederlage haben. Wir haben eine wichtige Landtagswahl verloren. Es ist ein Tag, der sicher dazu beitragen wird, dass wir nachdenken müssen, was wir hier in Berlin ändern müssen. Es geht um viel, denn ab heute geht es auch darum, dass wir in die Wahlauseinandersetzung und in die Bundestagswahl einsteigen, die im September stattfindet. Wir werden nachdenken müssen, was haben wir bisher erreicht. Wir werden nachdenken müssen, was wir nachdenken müssen.